Der Goat Simulator 5 Euro Du musst dich erstmal erholen War so anstrengend mit uns Genau Ein Sniper, ein dreckiger Ein Schuss und ich bin tot Soll vorkommen Das war nicht mal ein Headshot Was ist denn das? Ja, ein fettes Sniper Den gebe ich, ey, ich komme hoch auf sein Dach Dich hole ich mir, Kollege Du wirst, wo ich hier hochkomme Nimm die Leiter Nimm die Leiter Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll hier Ich habe noch keinen Gegner gesehen Und wahrscheinlich wird er Da springt die Marde rum im Gewehr Komm ran, du Du, kleiner Hurensohn Ich mache dich kaputt da unten Oh Gott Au, was hat denn der hier reingeschossen? So, da hast du nun davon Der scheiß Sniper, ne? Im Nahkampf bist du nämlich wehrlos So Oh, wo seid ihr? Wo seid ihr? Alter Ach, hier oben ist einer Stopp doch einfach mal Ach, ja, klar Ey, ich schieße die ganze Zeit auf diesen hässlichen Scheißmaden Pisser Alter, da hinten sitzt er, die Sau Die Sau Wo bin ich jetzt eigentlich hier auf der Karte? Scheiße, ich hab absolut keinen Plan mehr Was und wo du bist, ey Warte mal Wann, wann kann ich denn die Titans spawnen? Ich hab irgendwas von denen nicht verstanden Ich hab irgendwas von denen nicht verstanden Jaaa, klar Ey, was haben die denn? Die blöden Arschmann Hier, Alter Ey, die kriegt zwei Treffer ab und voll um, ne? Da haben die, ähm Irgendwie Munition mit Irgendwelchen Kernmaterialien Also Die haben einen Titan am Start, weißt du Die sind alle hier in diesem Haus drinne Wollen wir nicht alle hier ins Haus rein und das dann komplett verteidigen? Ist schon wieder der Sniper Ist schon wieder der Sniper Das ist so mies Jaaa, hat mich dreht Warum redet da einer eigentlich? Jaa, ich hab gerade auch gehört Da hat mir einer den Kopf umgedreht Oh 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 Voice Lautstärke aus Ich hab auch gerade an dem Kopf umgedreht Ey, mir geht das schon wieder tierisch auf den Sack hier Diese pissige Scheiße Lass uns jetzt alle mal ins Haus gehen Wir sind ja schon längst nicht mehr im Haus Ja, Mann Jetzt hab ich endlich mal einen weg eliminiert Jaaa, von hinten Ich mags nicht Oh, ich muss mir erstmal regenerieren, ey Alter, was hat der denn für ein Hackergewehr, ey Ja, ne, der macht mit einem Schuss, killt er die Leute hier Ja, für mich hat er jetzt zwei gebraucht Echt? Hier schießt einfach ein Oberkörper und ich falle um Naja, du bist ja auch Da hast man bei Eis wieder in sein Hörnchen geschossen Du bist ja nicht so stark So Das wird der Grund für eine Das wird der Grund für eine Wie sind's denn hier oben aufs Häuschen, die Scheißmann Kommt mal her, wo seid ihr? Hier muss man wirklich wieder campen, ey Was brummt denn da bei dem Kerl so, der soll die Schnauze halten Echt mal Maul halten Wie geht das? Stell den gleich ab, ey Äh, Option Voice Voice Chat Lautstärke Ich hab jetzt keine Zeit Komm da, komm da Alles weg Das war ein Gegner Ich dachte da sind grad Leute von uns reingerannt Nein Mit einem Kuchen in der Hand oder was? Kuchen Ne, mit dem Eis Was? Alter Alter Ich kriegst den nur aufs Maul Ja, der hängt die ganze Zeit am Fenster und weiß genau, dass ich Arschmarder da ankomme Blöder Arschmarden-Idiot Ich bin nur aufs Maul Ich krieg den nur aufs Maul Nja Alter Alter Du kleiner hässlicher Mongo da drüben Was ist denn los mit den Leuten? Echt mal Wie aufm Rummel und Spiel, hör da was Alter Nachladen ist natürlich richtig geil Wieso? Geht, ne? Das ist doch weggegangen Geil, dass du schaltest abwärts So, ich bin jetzt bei uns hier in dem mittelsten Haus drinne Ja, und da ist irgendeiner an meine komische Klemor rein Ja, ich hab ihn Ich hab ihn Huhu, Sniper, da hab ich dir den Hals rumgedreht Achso, das ist ja einer von uns, Mensch Achso, das ist ja einer von uns, Mensch Ach, ich bin total irritiert, ey Du irritiert bist, ist ja auch nichts Neues Ja, das Spiel ist nur für junge Frühspritzer Die haben noch ein bisschen Reaktionsvermögen Ich alter Sack Ja, klar Was? Ne Rucksackladung Ja, klar Ne Rucksackladung Was ne Sau, ey Das wird auf jeden Fall ein Richtig schönes Game Eher so Game Over für Mann Dass die so Sachen überhaupt haben Ich glaube, ich besitze sowas nicht mehr Rucksackladung aber doch, die hast schon Was sagst du so leicht? Na, in deinen jugendlichen Leichtsinn Die hab ich auch Hast du die auch? Hier Ich müsste auch viel mehr Oh Ich brauche, ich muss auf jeden Fall Das ist so ein richtiges Rage-Game, ey Am liebsten würde ich jetzt loslegen Aber ich reiß nicht zusammen Nein, musst du nicht Rage against the Machine Juuu Alter Oh, ich fand das auch Fuck Dafür nochmal gehen Warum fällt der nicht um bei mir? Äh Oh Mann Alter, ich bin schon fünfmal gestorben Äh, zehnmal gestorben Und fünfmal habe ich nur gekriegt Von diesen Blöden Pennern Die den ganzen Tag nur Titanfall spielen Ups Warum mach ich denn Alter Wie mach ich das aus? Ahhhh Wie jute ich die denn? Option Ich kann... Feine Fresse Bei euchs Lautstärke aus Hören die Arsch mal an und so? Hoffentlich Also ich... Ja, so muss das auch machen So spielen wir das Den dann Schild runterhauen Und dann... Wo ist der? Jaaaa Boxen, Alter Wo kommt denn der Knöchel? Alter Der schmeißt diese Scheißladung in der Hände Springen Und wie präzise Äh Oh, die hängen ja überall Auf jeden beschissenen Dach, ey Alter Na gut, wir machen noch paar Runden Also... Wir spinnen noch zwei Runden hier Titanfall Aber mit Titans bitte wieder Der Modus geht ja mal gar nicht Neee, das ist gerade Neee Doch, komm, noch zwei Runden mit dem Scheiß hier Macht mir überhaupt keinen Spaß Das ist der neue Modus Titanfall ohne Titans Das macht natürlich keinen Sinn Das ist total scheiße Äh, wie hat denn der das gemacht? Äh, lass uns wenigstens noch eh eine Runde machen hier Eine noch, dann aber mit Titans Ohne Danach nochmal mit Jaaaa Warte, wie... Der ist am Klettern und schießt mich ab, die Sau Naja Der Schießkletter, das ist ein neues Perk Achso, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll Ach, wir... Ach, wir haben verloren, ne? Ich hab' mich erwischt Du bist ein Blitzmerker Einzige, der der positiven KD hat, ist unser Prestigemann Haben dann alle richtig aufs Naul gekriegt Ich bin zweiter geworden, sieben zu zwölf, yippie-gayow Schweinebacke und wir sind so geil Fünfzehn 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 Fünfzehn